hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge von stadio über die wir sind mal wieder hier im fernsehen wie immer und wollen wissen was das wetter für uns morgen bereithält es ist ein klarer sonniger tag tor morgen perfekt für den blumentanz ja morgen ist wieder blumentanz das heißt wieder morgen ist im tanz von 9 bis 14 uhr seien nur nicht zu spät da das will ich auch gar nicht sein zu spät schließlich da hätte ich gar nicht diesen brauchen der so einfach nur geertet werden dankeschön oder noch einen haben es noch nicht geschafft der rest das kann man wieder ausheben das ist ja super genial so kann ich jetzt erstmal die neue beute verstauen decke und frischwasserschnecke ich glaube die kann ich nirgendwo mehr verbrauchen also halt bevor ich das falsch mache erst mal den briefkasten leeren lieber winter der bürgermeister morgen ist der findet das alljährige zusammenkommen zum blumentanz statt ja also es gibt zum tanz statt also einen partner finden kannst du könntest würdest du vielleicht mit zum tanzen gehen oder mit jemanden will mit dir selber einfach ein paar tänze machen naja gut okay ich versuche mal jemanden zu finden da gibt es eine kleine lichtung ja neben dem wald im westen der stadt ja genau im westen der stadt wo wir unseren tanz abhalten wollen beginnt wird es mit sich 9 und 14 uhr ja falls du dich dafür interessiert der bürgermeister nur ist ja genau also danke bürgermeister super dass mich noch mal daran erinnerst die katze streicheln ja genau wenn man die fackel ausmachen und dann hier wieder in lapf füllen ja wie soll ich jetzt auf die schnelle noch irgendjemanden zum blumentanz finden das ist ja irgendwie eine harte nummer oder mache ich denn das am besten bin auch so schüchtern ich traue mich ja gar nicht jemanden zu fragen also schwierig schwierig weiß ja gar nicht wer da überhaupt noch solo ist und so also doch eigentlich im plan drin der solo ist ach wir brauchen wasser da sieht man wieder das gras wuchert überall hin ich muss das doch irgendwie sinnvoll loswerden können ach stimmt da hat irgendwas von zäunen gestanden zäune hören dann auch das gras in meine richtung wachsen zu lassen dafür müsste ich jetzt mal wieder die zeit finden zäune zu bauen also alles nicht so einfach wie man sich vorstellt wenn man es gerne hätte so zu sagen da gibt es dahin bitte dankeschön und weiter geht es oder noch die ja super es hat wieder viel wünschen nicht gereicht mal durch starten und das auch noch nass machen perfekt jawohl obwohl ich glaube die kann ich hier eigentlich drin lassen dann gehe ich mir jetzt noch schnell die köder holen da waren weite da habe ich noch mehr jetzt irgendwie geahnt dass da welche falsch gelegen hatten aus irgendeinem grund hätte ich jetzt gerne viel mehr von diesen fallen würde alle strände und alles zu pflastern damit gut ich werde jetzt erstmal in der stadt nachgucken vielleicht hat noch jemand ein aussagen dann kann ich nämlich diesen rahmen vielleicht schon sinnvoll an jemanden und vor allem überteuert an jemanden weitergeben wenn ich das immer sehe ist das immer schön überteuert wenn die ihre fragen stellen hier anfragen auch dringend um kohl zahle 350 groschen dafür man sieht nicht so aus ja dann nächste plan ist unser schmied vielleicht kann er ja unser werkzeug aufbessern oder was brauchen wir dafür er hat mir zwar irgendwann mal gesagt dass er vor meiner tür gestanden hatte aber ich habe es vergessen die picke die picke wer glaube ich am sinnvollsten ich muss den kupferbarren mitbringen super dankeschön hat sich erledigt schön von dir dass du mir das noch mal sagen konntest danke soll ich meine angel auch nicht dabei aber ich könnte die fieberglas angel kaufen gehen ich mein bisschen geld habe ich und wäre vielleicht auch eine ganz tolle sache und wieder tausend also bei geld beschwere ich mich jetzt erstmal nicht ich habe natürlich noch nicht die zehntausend für den riesenrucksack aber das hat sich doch bis jetzt ordentlich gelohnt hallo du ach morgen ist der blumentanz tanzen ist okay aber die machen die wollen dass ich dieses dohbe weiße kleid trage ja und louis ich kaufe alle meine also meine meine gartenartikel hier ja also alles mein gemüse ja so das war's gemüse entschuldige es ist wichtig gesund zu bleiben ich 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 stelle immer sicher dass ich auf seite bleibe von zeit zu zeit oder so ja mani ja mein neffe sean lebt bei mir seit einigen monaten okay interessant caroline ich habe ich habe wilden ausreddisch in diesem federadieschen in im wald gesehen ist ja schön wenn du irgendwelches material oder blueprints also blaupausen brauchst mein 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 geschäft ist der platz an den du suchst und dein geschäft würde den die lokale ökonomie fördern ja stimmt emily ich halbe halbe arbeite halbtags im saloon bei gas was bezahlt die rechnungen ja das ist natürlich dann das mindeste das da rauskommen sollte wenn die rechnung noch das übersteigen wenn die rechnungen selbst das übersteigen dann hat man ein problem die hatte ich schon gefragt er will dieses blöde weiße kleid nicht tragen und so das braucht noch jemanden als tanzpartner ja hier hat leider immer noch nichts für den sommer an artikeln ich glaube ich schaue mal bei robins laden vorbei vielleicht kann er uns ja schon irgendwas hinbauen was mir gefällt was wir gebrauchen könnten für die zukunft wird ja auch nicht ewig trainieren ja stimmt die trainiert ja noch ja die dieses tal hat große varianten von ökonomischen systemen das ist ein grund warum ich entschieden habe hierher zu ziehen das ist schön hilft mir nun leider nicht so wirklich aber danke dass du es mir gesagt hast ja sebastian hallo glaubt du warst sebastian ich kenne ihn noch nicht genug stimmt das war sebastian das heißt deshalb darf ich da nicht rein robin macht gerade blau also eigentlich fitness richtig sportlich aktiv und so weiter aber es hilft mir ja auch nicht bei dem was ich brauche ich meine information was ich da so alles bauen kann das wäre eigentlich ganz toll ja genau ich gehe jetzt einfach mal die angel kaufen die neue nachmittags dann kann ich so zum abend sozusagen abendbrot fangen kann ich mal die neue angel beweisen ja ich meine wir haben jetzt ordentlich geld gesammelt und so weiter haben uns ja gesund gesprungen dass wir uns wieder was zum aushacken noch ein buch hey toll ja was bringt mir das diese ganzen bücher zu finden das frage ich mich gerade ein bisschen schnell da rein bevor er zu macht ich nehme deine angel ja was sagst du dazu ich nehme deine angel und bevor ich nochmal heimlaufe kaufe ich noch ja und dabei elf stück passt schon jetzt mal mit der großen neuen angel angeln ja der fisch der ist schlau der wollte hier einfach abhauen jetzt habe ich dich fast fast ja noch ein bisschen ist das ein wuseliger fisch haare könnte ich mich ärgern aber mehr über mich selbst selbst als über den fisch weil der fisch der äh wie kann man denn klasse ich habe elf ich habe elfe köder am haken dann denkt sich auch so ein anfänger ja wir haben fisch gefangen klasse herrung schafft fischer man super ich hab's nicht gerade gefangen ich glaube ich gern fluss willig angelt ein bisschen lustlos ich glaube der ist deprimiert weil ich jetzt schon was rausgezogen habe ich gibt es hier wieder blubber blästchen so als indiz dass wir da ganz viele fische fangen können auf jeden fall bei den letzten runden nicht aufgefallen schade ja blästchen muss ein bisschen mehr schwung drauf ich habe mich eigentlich gefreut wenn ich bei der neuen fieber glas angel größere größeres größeren regler legen könnte kommen das muss ein bisschen weitergehen so ja genau ins gebrübere müll rausgezogen der fluss ist wieder sauber jetzt gibt es bestimmt mehr fische hier einfach mal möglichst viele auswerfen habe ihn was auch immer ich da habe ich gehe mal nach unten da sieht man es besser wo das ist zu weit hoch mit ihr fisch hoch mit dir jetzt bin ich gierig ja dann war ich wieder zu gierig ich wollte jetzt diese truhe haben na gut angeln lasse ich jetzt bleiben das bringt nix wenn nämlich jetzt schon wieder völlig fertig und auch schon abend also man kann wieder nach hause gehen hoppel häschen stimmt gibt es irgendwann auch so fallen dass ich die hoppel häschen empfangen kann ich mir eine häschen zucht dann kann ich den ganzen leuten immer häschen schenken die fressen und sondern die ganzen ernten auf und moment nein 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 das geht zu weit ja herring behalte ich den kram verkaufe ich war es auch also den herring zeit auch gerade weg sehr schön hier habe ich glaube ich nicht doch noch nicht bei den uni monds abgegeben morgen ist schon wieder tanztag und ich habe noch gar keinen partner auch das ist ja blöd na gut träumen wir ein bisschen von einem partner beim tanzen wobei den fischen das war eigentlich alles nicht so so berauschend na gut ein bisschen paar groschen haben wir dazu gekriegt das ist okay jetzt mal schnell 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 was gibt es morgen für wetter hier bekommen wollte ich mit leichter brise tollen flug alarm die königin der soßen wiederholung was haben wir da erst hier frei alles klar wenn ich aber schon und natürlich der zukunft der glückserzähler was kann denn mir diesmal heute erzählen okay die glücksgeister sind momentan neutral eingestellt ich habe jetzt noch gar keinen unterschied gemerkt zwischen viel glück und so weiter und nicht viel glück haben muss ich jetzt mal so ganz ehrlich betonen das hat sich für mich einfach noch nicht so gezeigt dass ich jetzt mehr glück hatte oder weniger glück das angekündigt war hallo ich verkauf hüte okay kumpel komm zum alten alten hau bringmünzen hutmaus ok ja dann machen wir doch mal alte haus war dass diese ruine unten beim turm in der nähe würde ich mir vorstellen aber gleich auf dem weg hutmaus der verrückten kreatur kommen auf einmal die steine hier die wuchern hier auch aus dem boden ach verdammt musst du erst zu dem festival ja so ist das manchmal mal will was tun aber darf nicht machen wir ja auch ganz schnell alles nass und oh ja katze ja genau katze wird zuerst versorgt und wenn wir das alles haben da können wir eigentlich auch mal schauen was wir so bauen können ja wir haben gar nicht mehr mit längerem zeit gar nicht mehr reingeschaut was wir noch bauen können das ist eigentlich immer ganz praktisch irgendwelche erleichterungen zu bauen verbesserungen vorzunehmen die uns dann unserem ziel einfach näher bringen so das sieht doch mal schon mal gut aus ja katze ich hab dich doch schon gestreichelt und getränke hast du auch schon da hast du irgendwas gefunden eine maus zum beispiel hast du maus gefressen da muss man aufpassen nicht dass die katzena noch die blutmaus erwischt und ich habe keine möglichkeit mehr die hüte zu kaufen aber die erdbeeren werden auch nicht fertig nicht mehr gerade eigentlich so wunderbar das mit dem gießen haben wir geschafft das fest hat angefangen gut das hätten wir die blume hier bringe ich mit vielleicht kann ich ja jemanden noch schnell davon überzeugen dass er mit mir tanzt der blume oder so die beiden kann ich eigentlich auch schon rein laden nach ein glück ist eine schmetterlinge schon befürchtet dass jetzt die vögel anfangen hier auf meinem feld rum zu flattern die sind bestimmt schon alle auf dem fest und ich bin wieder der letzte wenn man durch den garten der nachbarn laufen und los geht's hey wollt ihr gar nicht zum fest die einzige sache die ich in dieser stadt mag ist der strand ja das ist aber schade für dich hey kann ich dir mal so ein blümchen schenken was für mich danke hey die ist begeistert hat sich das irgendwie auch schon mal ihre stimmung gezeigt ja hat es super dann war es richtig gemacht wie du gut sie will nicht mit uns tanzen aber vielleicht können wir hey die demnächst zum tanz auffordern obwohl sie schon ein bisschen arrogant wird oder egal geht jetzt einfach mal darum dass wir nicht alleine tanzen müssen wäre peinlich hier war ich noch nicht die brücke haben sie aber ganz notdürftig zusammen geknöppelt hey pierre hallo blumentöpfe für den sommer frühen und sommer für seltene scheuchen sammeln sie alle fünf von acht die fünfte von acht hier kriege ich ein rezept dazu diese blumentöpfe zu machen ich weiß nicht vielleicht später überlegs mir nochmal überrascht nicht ob es das heißt weiß ich weiß nicht ich habe es jetzt die roten den roten jenny probiert ich frage mich ob emily mit mir tanzen würde ich frage sie mal kann ich nicht ich wünschte pierre wird diese zeit mit der familie verbringen ja ich frage ihn auch mal ich doch mal durch er kann er nicht ist gerade am verkaufen gut tut mir leid hat keine zeit dafür ja ähm vergiss es ähm vergiss es einfach nur mit dem klaudern also ich hätte meine angel mit holen sollen das ist nett ja das ist ein neben was kind ähm schöner wieser wein und äh warme luft und äh bubble block keine ahnung habe ich schon ein wein erwähnt ja ich glaube schon ja die froschsaison fängt langsam an okay er freut sich schon aufs essen ne ich noch einen ansprechen nochmal ansprechen nein ähm vergiss es das ist sebastian ähm vergiss es auch hallo ich hasse du hast nicht mal das weiße kleid an also sei ruhig ich hasse tanzen äh von von augen von allen äh so ja ne unangenehm leckere soße und dann sammert da dieser grüne nette grüne stoff ist das grüne zeug ist richtig würzig ich ich mir irgendwas mitnehmen oder so ach das ist ich rät erstmal mit einem dann würde ich mir jemanden zum tanzen aus hallo demetrius der frühlings tanze beruht auf irgendwelchen antiken antiken ritualen bruchtbarkeits ritualen die luft riecht so süß mit all diesen blumen und so ja das kann alles gut sein ja du solltest was darüber wissen farmer ja ist okay ja ist okay ja gehst du heute tanzen winter ja ich versuche es noch ich suche noch jemanden penny hallo penny okay vergiss es ich suche erstmal noch ein bisschen rum okay ich betreibe ich zum tanzen auch von einer gut das wäre jetzt nicht unbedingt mein favorit yes eines tages werde ich die blumenkönigin werden ja toll das finde ich süß das ist und wer warum kann ich nicht die blumenkönigin sein ja es liegt daran dieses geschlechterrollen denken und so weiter hallo mani liebe ist in der luft und ich bin immer noch allein ja das geht den besten von uns so ach mani sieht so toll aus heute so lieblich und so hübsch und so weiter dann sprichst du mal an ja mit den Buben möchte ich momentan nicht tanzen das ist noch die granny evelyn ich hab an diesem blumenarrangement seit wochen gearbeitet magst du sie ja ist doch eigentlich gar nicht schlecht blumen ich kann sie kaum ertragen es ist so hell hier draußen ja du da mal stehen ich übe meine tanzschritte ich möchte sie perfektionieren okay gibst du doch mit mir da geht es erst mal ja und los noch nicht ich habe noch keinen zum tanz gefragt deshalb frage ich jetzt mal hier haley haley würdest du mit mir tanzen bitte nein was nein boah das ist hart haley würdest du mit mir tanzen äh nein danke haley haley würdest du mit mir tanzen äh das ist ja toll äh süß aber äh tut mir leid ich muss nein sagen tut mir leid tut mir leid ja boah ja komm dann äh frage ich mal einen Buben ob er mit mir tanzt hey alex würdest du mit mir tanzen na äh na nid da muss jemand anders fragen viel glück junge ach verdammt oh da ist ja eh noch unser leines oh hallo es ist schön dass du mit mir redest der frühling ist fast vorbei was für eine schande ja jetzt ist die frage von diesen blumen die er hier anzubieten hat also die blumen selber weiß ich nicht aber die äh das rezept die blumen einzupflanzen so äh zu arrangieren und so weiter klingt eigentlich schon interessant ich mag rezepte ich nehm's äh könnte mich jetzt schmähen das war vielleicht ein großer fehler aber ich mach das jetzt mal ich hab extra so lange gespart für den sommer jetzt kann ich das geld auch vorher verpressen also jetzt mit mir tanzen nein boah wie gemein so mit dir rede ich nicht mehr äh sollen wir mit dem tanz anfangen ja mach schon hau rein ja 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 das war spaßig äh Zeit nach hause zu gehen naja spaßig war es nicht wir haben nicht einmal tanzen können keiner wollte das haben wir dann nur falsch gemacht ich weiß es nicht ja die dinge eigentlich schon wieder gefüllt bin wir da auch nicht ganz sicher ich glaube nicht mache ich vielleicht noch mal schnell bevor es zu spät ist nein hatte ich nicht da sehr gut dass ich noch mal dran denke wir wollen ja auch noch irgendwas über nacht fangen ein denkwürdiger tag wir haben niemanden zum tanzen einladen können niemand wollte mit uns zusammen sein welche konsequenzen hat das wenn niemand mit uns zusammen ist ja ich weiß es nicht dass wir allein sind das vor allem und diese dinger werden auch nicht fertig na gut egal morgen ist ein neuer tag versuchen wir das beste draus obwohl könnt ihr noch ein bisschen hier äh ein zorn übers allein sein abarbeiten indem ich hier auf dem holz einschlage so schön alles mitnehmen jetzt wird es auch noch spät alles schön sauber machen dann müssen wir natürlich sofort diese wurzeln wegschlagen da können die nächsten bäume hier auch wieder wachsen oder das gestrückt hier und was auch sonst noch hier so rum kreucht und fleucht kann sich dann hier ausbreiten ach den baum wollte ich gar nicht töten na jetzt ist es zu spät ich muss mir da sind sie mal einfach über das feld laufen das geht langsam wirklich zu weit sind zurück schneiden damit auch unser zeug ordentlich wachsen kann ich habe ja noch ein neues rezept hier brauche ich eisen das ist schlecht ja das ding könnte ich vielleicht bauen gold das ist ja noch schlechter alles irgendwie nicht so befriedigend alles nicht so gut machen wir mal die blümchen hier weg das moment aber noch zwei geburtstage vor der nase würde ich sowas vielleicht nicht weg legen ach ich bin etwas abgelenkt und etwas irritiert warum wollte niemand mit uns tanzen ich meine hey die zumindest hätte mit uns tanzen können weil hey da haben wir schon zwei herzen erarbeitet so enttäuschen gell katze gellio ja und wieder sind wir einen punkt weiter gekommen wir können marmelade kondister bauen und basis wasserhaltung dings krass wollen wir dann auch mal tun in der nächsten folge noch ein bisschen geld verdient das ist schön aber wie gesagt in der nächsten folge wollen wir das ganze mal ausprobieren auch bis dahin gute nacht da draußen was immer ihr sein mögt und ja